Weil sie ja auch extrem groß Speichern wir kurz Ich finde, wir sollten dieser sowas besorgen Ich finde, ich schmeiße die Dose in den Kopf Bah Das ist ja eklig Ich denke, ich werde noch eine beiden Final Fantasy 9 brauchen Wusel wusel Gibt es neue Zutaten? Ja Ich weiß gar nicht mehr, wie viele CDs bei Final Fantasy 9 waren Ne, das will ich auch nicht Allein nur von der Beschreibung Und ich habe ein Video gesehen, wie einer das Essen überhaupt lebt Hausgemachte Jingi-Suka Gute Nacht, Thor Schlaf schön und danke, dass du da warst 9 hatte 4 CDs Ah, okay Mit dem Saft aktiviert man sicher Abwehrkräfte Wirftless, äh, frisch gegen den Kopf Danke Jetzt muss ich mal was gucken Dieser komische Saft Belebt bestimmt Menschen Wenn wir jetzt im Kampf sterben oder so Was ist hier drin? Oh, warte mal Die SP wird erhöht Ah, das ist nur TP, okay Ich hätte gedacht, bei dem Geschmack, wenn es jemand trinkt, dass er sofort wieder belebt wird Wenn es wieder fertig ist Na gut Ich bin online auf etwas noch Faszinierendes gestoßen Hör dir das an, Makoto In Susi Shino gibt es ein gruseliges Gebäude, in dem es spuken soll Spuken? Wer? Wo? Wie wäre es mit Geistern? Hallo? Was, äh Was da, äh, was da wo angeht Schon gut, das musst du nicht sagen Geister? Heißbruch Hallo Heiko Also auf dem Backen habe ich eine 2 von 6, äh, übergeben Beim Su- Boah Da Womöglich liegt es an der bevorstehenden Wahl, aber fast alle reden nur von Marisa Keiner kritisiert sie Alle loben sie überschwänglich Das kommt mir nicht normal vor Kann ich dir helfen? Pass auf, ich treffe mich jetzt mit einer Frau, also vielleicht später Okay Jo, zieht euch all die Rahmläden rein Die sind überall Echt irre Alter, diese Stadt ist der Oberkracher Ich will gar nicht mehr weg Oh man, du kannst dich gerne satt sehen Aber vergiss nicht, warum wir hier sind Hab ich nicht Wir hören uns nach, äh, Gerüchten über hier oder rum, oder? Ich habe so ein Gefühl, dass wir hier vielleicht fündig werden Mhm Hey du, du wählst doch bestimmt Bürgermeisterin Hiyodo, oder? Kein Interesse Dieses junge, äh, diese jungen Leute heutzutage Vielleicht lernst du ja etwas daraus Bürgermeisterin Hiyodo ist ein wunderbarer Mensch Sie wird Sapporo Nein, das ganze Land Vielleicht sogar die Welt in eine goldene Zukunft führen Ah ja Diese Wahl ist nur der erste Schritt auf dieser Reise Bürgermeisterin Hiyodo Sapporo steht hinter ihnen Lang lebe Bürgermeisterin Oh Gott Das kommt mir jetzt Final Fantasy-mäßig vor Buch lebe der Bürgermeister Oh Junge, Liz wird sich freuen Das wird der beste Tag Erst in den Zirkus Zu den Clowns Und dann abends in den Spukhaus Was? Wenn du mal in Berlin bist Müssen wir mit Liz zu einem dieser geverlasteten Ort an Was? Was? Was heißt denn hier Wir? Ich mit Näh Näh Mit dir schon gar nicht, Yami Näh Du bist denn der Geist, ja Oh, unterstützt ihr etwa auch Hiyodo? Nein, ihr sammelt nur Gerüchte über sie Ist das eine Art Hausaufgabe oder so? Tag ein, Tag aus Hört man nur denselben Fallen Artismus Die Leute plappern ständig nur von Hiyodo Sie behaupten, dass sie absolut vertrauenswürdig ist Aber ich bin mir ziemlich sicher Dass sie etwas zu verbergen hat Es gibt keine ehrlichen Politiker Guck mal, es ist das Feuer und Flamme Hi, sehr ruhig Uh, sag ich Ja, und ich würde mich erschrecken So, wir haben 62% Und was fehlt uns noch? Ja, ich würde mich für einen Guck mal bei dir wieder aufbauen Aufbauen Guck mal. hin Bis dann Bis dann Bis dann Sikai Bis dann 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 Die ganze Community? Ja, ich spür euch dann da ein. Jo-do-ma-rico, ja ja. Das ist so schön. das hat keinen zweck so es muss mich beeilen ich brauche wie die kabette halte durch mache ich naja ich versuche es wie eine übel erkältung geholt ich muss schnell wieder gesund werden oder wenigstens wieder arbeiten gehen sonst ist die bürgermeisterin stinksauer hat der bürgermeisterin gesagt ich will alle energie drinks und medikamente die ihr habt alle räumt die regale und das lager leer das ist ein tod wird er etwa auch gezwungen sich gnadenlos zu bearbeiten wie der mann von heute nachmittag ich weiß aber dass dieser schlägt wenn man sie erstreckt oder ja das sollte man sollte nicht in der nähe sein das stimmt ich schlag zu aus reflex die lage ähnelt sich der in shibuya und als händler je mehr wir erfahren desto verdächtiger wird hier wenn es so ist wie senkichi sagt und sie das passwort während ihrer rede verrät müssen wir es nun emma eingeben dann wissen wir ob sie ein monar ist gehen wir heute früh schlafen damit wir morgen fit sind das ist es wert ok alles erledigt einmal durch alle horrorfilme die letzten 30 jahre mit ihr und dann wieder zurück schatten des unheils was für ein unheil so werde ich bestimmt in ruhe schlafen ok kann jetzt nochmal mitnehmen jokers persona kapazität wurde erhöht du kannst jetzt bis zu zehn personas gleichzeitig tragen nutze verschiedene personas um mit jeder kampfsituation klar zu kommen solle man mir ein bisschen umgehen oder kitalbicke kialik seine erledigt so so nann so so k k k k k k Okay, it's my home now, let's see. Du hast ja eine Vogelspinne ins Bett legt. Ja, ja. Ja, ja, Mosi. Mach ruhig weiter so. So, da ist die Spinne und Mosi. Die packe ich jetzt hier in diese eiserne Jungfrau rein. Links ist die Spinne, rechts ist Mosi. Und tot. Tschüss. Los, Fluffy, töte sie. Was ist das denn? Nein, ich opfer doch nicht meine arme Osume. Aber was zur Hölle. Das sieht ja cool aus. Was baue ich denn für die? Diese Schlangentante. Na mir. Kann ich die herstellen, oder? Verdammt. Was ist das? Warte, wann kann ich die jetzt nicht herstellen? Das verstehe ich jetzt nicht. Abfall nicht mein Zuko, wo ist man? Ach, da... Einmal ist es dadurch geworden. Ja... Oh je... Muss man irgendwie skillen, dass ich mehr Monster bekomme. Was ist die Chance, Iris? Warte, der 13. Halloween. Halloween. Okay. Oh Gott. Das ist die Sache. Oh Gott. Geht was so ne Olme? Ich sag's euch. Fünf Sekte. Zwiebeln am Glockenturm war mein erster Zwiebeln. Aber den kenn ich auch. Zwiebeln am Glockenturm... Umvideilm ... Ich hab euch erst mal so gemacht bei den T coverage des Hauses. Ich hab euch gerade einen SmartphoneALK gemacht. Oh Mann, das ist es ein Jahr. Ich hab mich nicht gemacht. Das war's für heute. Oh, das ist so. und sie ist schon blüht japan auch hab bloß auf mit die ja mini was gut im grunden der sicherste weg hinein und hinaus ist bei der kreuzung bei dem großen bildschirm kommt dorthin sobald ihr alle bereit seid alles klar ein neues gefängnis wer weiß was uns dort erwartet wir sollten gut vorbereitet sein ich habe schon alles leer gekauft ich bin schon von arm von hier aus kommen wir problemlos ins gefängnis sollen wir reingehen gehen wir so drittes gefängnis das ist genau mein gebiet es ist kalt so schön oh wie gut unsere keks und nacht nino schlafen schön willst du einen schneemann mit mir bauen wieso kommt mir diese musik so bekannt vor dann ist elsa da ich bin jetzt frozen boah das ist genau meine map oh ja so haru du darfst gern mitmachen nehmen wir mal die gruppe hier da 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 Das war's. Das war's. Das ist ja eh auf Disney, glaub ich. Das kommt niemals auf Amazon. Ich find den ersten besser. Ich weiß nicht, die zweite hat mich irgendwie nicht so... Ich weiß nicht, wie viel mehr Spaß macht. Was up? Was up, Yami? Irgendwann. Ich weiß nicht, wie viel mehr Spaß macht. Ich weiß nicht, wie viel mehr Spaß macht. Ich weiß nicht, wie viel mehr Spaß macht. Ich weiß nicht, wie viel 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 Spaß macht. Autsch. Ich sollte vielleicht Anne holen, weil die Feuer hast. Das wird ganz effektiv gewesen. Geht es. Geht es. Dann werden wir mehr力. Wir werden nicht in diesem Moment gehen. Wir werden in diesem Moment gehen. Das wird nicht in diesem Moment gehen. Was? Das kann man jetzt ja dann jedes Jahr trinken. Das kann man jetzt nicht so gut machen, aber das kann man nicht so gut machen. Seelenschnupftabak. Ja, ich schnupf mir auch eure Seelen immer in die Nase. Stinkt das nicht? Nee, nee. Nur du stinkst ja nicht. Oh, die geht's ab. He suspension die K personnes. Das ist aus dem Hecht. Ja, du hast den Hecht. Ich finde das. theres ein Problem. Auf dem Hecht ist. Es ist meine Idee. Das ist mein Sinn. Warum habe ich die nicht vorher genommen? Die ist ja voll übel! Ich glaube, aber ich habe den Schaden. Belang. Was ich denn hier gerade? Ja? Oh mein, sie gefällt, ich kann nicht verstehe. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. 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 Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh.